Ich möchte vor der Predigt den Predigtext noch lesen, es steht im Römer 8 und ich lese es aus der Übersetzung von Hoffnung für alle. Ihr dürft es gerne mitlesen, denn es ist ein etwas längerer Text. Wer nun mit Jesus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie er das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt es Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann es gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen finden. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert. Denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, an euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihren Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wer ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ja, wir sind in dieser Predigtreihe Nah bei Gott. Am Anfang dieser Reihe haben wir uns Menschen angeschaut in der Bibel, wie sie Gott begegnen, wie sie ihm nahe kommen. Letzten Sonntag haben wir über die Sehnsucht gesprochen, Gott nahe zu kommen und heute möchte ich über diese Kluft sprechen. Wie diesem Mann auf dem Bild, das vielleicht auch geht, nah bei Gott, wenn Gott mal nicht so weit weg wäre. Das ist ein schöner Sonnenaufgang, aber genau das Bild mit der Sonnepastung da war. Wo ist Gott? Wenn Gott mal nicht so weit weg wäre, wenn wir mal nicht aus dem Paradies geflogen wären, da war das super. Da waren wir ganz nah bei Gott. Paradies, das war ein Garten, den Gott für uns angelegt hat. Garten stand damals und heute für Luxus, für Versorgung, für Wasser, für Schatten, für Lebensumgebung nah bei Gott. Das war gut. Wie blöd waren wir, dass wir uns daraus entfernt haben. Wie, was hat uns nur getrieben, dass wir gedacht haben, alleine versuchen zu wollen, uns von Gott abgewandt haben und seitdem ist da diese Entfernung zu Gott. Seitdem ist es irgendwie schwierig, nahe zu kommen, diesem Gott. Adam und Eva haben sich versteckt, eben nicht mehr nah bei Gott, weil sie sich schuldig gefühlt haben, weil sie sich geschämt haben für das, was sie getan haben und geschämt voreinander. Ist da beim Vorbereiten sofort eingefallen, dass Kinder das auch gern machen oder auch nicht gern, aber wenn sie was verbockt haben, ausgefressen haben, dann verstecken sie sich irgendwo und hoffen nicht gefunden zu werden wegen der Angst vor dem Urteil oder was. Könnt ihr euch an sowas erinnern? Ja, ich auch. Ich saß da mal unter dem Küchentisch, weil ich wollte mein Essen nicht essen und Mutter war dann draußen, ich schnell unter dem Küchentisch. Ich dachte, die findet mich nie. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich kann mich an das Gefühl sehr gut erinnern. So kommt es, wenn wir uns verstecken, weil wir uns schuldig fühlen, weil wir gemerkt haben, wir haben hier irgendwas falsch gemacht und dann verstecken wir uns. Das ist so ein alter Reflex in uns. Und so ergeht das Urteil auch über Adam und Eva und sie fliegen raus. Im alten biblischen Deutsch heißt das, die Verdammnis hat sie getroffen. Aus dem lateinischen Damnare heißt büßen lassen, verurteilen, verwerfen. Sie werden verurteilt. Raus aus dem Paradies. Kurze Randnotiz. Gott hat das gemacht, in der Bibel steht das so drin, dass Adam und Eva nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Hatte er Angst, dass die jetzt noch mehr verbotene Bäume irgendwie oder Früchte zu sich nehmen. Nein, er wollte nicht, dass Adam und Eva in dem Zustand, in dem sie sich schämen, jetzt auch noch ewig leben müssen. Zweite Chance, nur so am Rande. Oh, da geht es auch jemand schlecht. Seitdem fühlen Adam und Eva und wir selbst uns fern von Gott. Das Trauma steckt in unserer DNA. Es geht ja nicht nur um eine Geschichte damals irgendwie, sondern es geht um unser Herz, es geht um meine Geschichte. Und dieses Trauma steckt tief in uns drin. Gott sucht uns und wir verstecken uns, weil wir versagt haben, uns unwürdig fühlen und das Urteil der Verdammnis meint, uns zu treffen. Ich glaube, die meisten Probleme in unserem Leben kommen daher, weil wir uns alle so einen Punkt haben in unserem Leben, so ein Gefühl in unserem DNA, dass wir irgendwie nicht würdig sind. Dass wir nicht gut genug sind für diese Welt. Dass wir das Gefühl haben, dass wir es nicht geschafft haben, dass wir uns unwürdig und gering fühlen. Na, überspielt man das vielleicht mit viel Selbstvertrauen und montags im Büro kommt mal der Herr Sunnyboy, betritt die Bühne und so. Schön, wenn es klappt und es dir jemand glaubt. Aber warum sind wir eigentlich so schnell empfindlich? Warum sind wir so schnell beleidigt, wenn Menschen uns kritisieren? Warum steckt das da tief in uns drin? Warum können wir nicht gut mit Kritik umgehen? Warum tragen wir so viele Masken voreinander? Weil wir unsicher sind, wenn wir uns unwürdig fühlen und gering von uns denken. Weiß nicht, vielleicht sagst du, nö, auf mich trifft das nicht zu, vielleicht bist du ja komplett zufrieden mit dir und sagst, ja, ich bin eigentlich, also ich finde mich gut. Dann feier das, genieß das, solange es noch so ist. Nein, wirklich, es gibt gute Phasen und dann sei Gott dankbar dafür, ich will niemandem was einreden. Aber warum fühlen sich so viele Menschen zutiefst irgendwo infrage gestellt? Warum sind wir so verletzbar? Warum rutschen wir so schnell in den Minderwert, sagt die Psychologie? Warum ist da dieses innere Kind in uns, das diese Glaubenssätze von Kind auf irgendwo aufgeschnappt hat? Ich bin nicht gut genug, ich störe, ich packe es hier nicht, ich habe nicht Liebe verdient, ich bin nicht gewollt, ich genüge nicht. Wie kommen wir da raus? Was steckt da in uns drin? Dann gibt es meterlange Literatur in den Bücherläden oder Instagram-Einträge, die uns versuchen, das Gegenteil zu behaupten. Sei, wer du bist, glaub an dich, lebe deinen Traum, Chaka, du schaffst das, sei stolz auf dich. Diese ganzen Motivationssprüche, manche sind ja auch ganz witzig. Ich war unlängst bei ein bisschen entfernteren Nachbarn und musste da ins Bad und da hing alles voll mit diesen Sprüchen. Ich war länger im Bad, die waren zum Teil echt nett, aber dann habe ich gedacht, was ist eigentlich mit uns los, dass wir so viel Motivationssprüche und Selbstanfeuerungssprüche brauchen, um wieder irgendwie aus diesem Bad rauszukommen, weil wir uns im Spiegel vielleicht gesehen haben. Und dann hauen wir uns die Sprüche um die Ohren, aber irgendwie schaffen die das gar nicht. Diese Sprüche schaffen es nicht in unser Herz. Wir glauben das nämlich gar nicht. Und dann hängen wir noch eins auf. Ich glaube, die meisten Probleme kommen heute daher, weil wir uns im Minderwert fühlen, Verurteilung spüren und aus dem Paradies geflogen sind. Okay, worauf will ich hinaus? Genau, das ist keine Psychologievorlesung. Aber wenn wir nah bei Gott sein wollen, wenn wir nah zu Gott sein wollen und nah zu Menschen, dann müssen wir da raus. Dann müssen wir aus diesem Minderwert raus. Sonst hat das Ganze gar keine Chance. Dann können wir uns viel Mose angucken und Elia und die ganzen, ich sah ja, wie der Gott nahe gekommen ist. Wenn wir im Minderwert sind, können wir Gott nicht nahe kommen. Dann verstecken wir uns vor Menschen und vor Gott. Wie kommen wir da raus? Wie können wir geistlich wachsen, ohne uns zu verstecken vor Gott? Ein junger Mann hat mir unlängst erzählt, dass er im Glauben nicht vorankommt, weil er einen Punkt im Leben hat, wo er einfach nicht weiterkommt. Immer wieder reinfällt und immer wieder rein und sagt, deswegen kann ich eigentlich nicht mehr glauben. Unser Minderwert hält uns ab, Gott nahe zu kommen. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Jetzt kommt neues Leben. Das ist schließlich eine Predigt. Es gibt Hoffnung. Nah bei Gott ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und wir haben einiges gehört in diesem Text in Römer 8, gerade was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Sein Job ist es, uns nahe zu Gott zu bringen, unsere Nähe zu Gott uns zu zeigen, uns zu überzeugen davon. Vielleicht hattet ihr bei der Predigtextlesung schon Sorge, was wird das heute Morgen mit diesem Text? Und es wird ein bisschen anspruchsvoller. Aber das wird jetzt so ein kurzer Part für Christen, die schon länger dabei sind. Wenn du sagst, ich bin heute zum ersten Mal und so und ich weiß eh noch nicht, wie ich das mit diesem Gott haben will. Dann nimm dir Zeit für die Fenster oder träum ein bisschen. Genau, also kurzer Zwischenblock, ein bisschen länger, aber okay. Römer 8, wir gehen ins Himalaya der Bibel, in den Kernvers, in die Botschaft, in das Evangelium in Römer 8. Und wenn Römer 8 schon der Himalaya ist, oder überhaupt der Römerbrief, dann ist Römer 8 der Mount Everest. Und wenn Römer 8 schon der Mount Everest ist, dann ist Römer 8, 38 bis 39, ich werde es gleich lesen, dann ist das der letzte Gipfelanstieg. Dann ist das die Krönung, dann ist das das Gegengift gegen Minderwert. Ihr seht es schon an der Wand. Da schreibt Paulus, Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Glaubst du das? Dass dich nichts trennen kann von der Liebe Gottes? Oder kommt da jetzt schon wieder ein bisschen, naja, außer das und das? Ich kenne solche Gefühle, solche Gedanken. Danach suchen wir doch alle, danach sucht jeder mich so eine Geborgenheit, so ein tiefes Wissen, so eine tiefe Annahme, so eine tiefe Liebe, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nicht mal mein eigener Schrott. Glaube ich das wirklich? Es ist biblisch, es ist wahr. Aber dann kommt mein Minderwert und sagt, naja, Paulus weiß ja nicht, was ich weiß. Er weiß nicht, was bei mir los ist. Wir suchen alle, wenn wir das hätten, dann wären wir wieder im Paradies. Wenn wir das fühlen würden, wenn wir das tief wüssten. Und das suchen alle Menschen. Letztlich suchen das alle. Meistens suchen wir das bei Menschen, diese Geborgenheit. Da muss man nur das Radio anmachen oder Spotify oder die ganzen Lieder. 90% der Lieder handeln davon, dass wir das wollen von Menschen. Pech gehabt, Menschen können das nicht. Es kommt zu kurz. Gut, dass manche Lieder, die meisten auf Englisch sind, dann hört man es nicht ständig. Aber letztlich diese Tiefe sehen, wir wollen das erleben und dann hätten wir es halt gern von den Menschen, wenn wir mit Gott schon nicht klarkommen. Aber wir müssen zu Gott. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir zu Vers 38 und 39? Nun, Vers 1 bis 37. Kein Problem. Los geht's. Wir tauchen kurz ein. Ich fasse es zusammen. Paulus beschreibt hier zwei Lebenskonzepte in diesem Kapitel 8. Zwei gegenübergesetzte Lebenskonzepte. Ich fasse es euch zusammen. Das ist auf der einen Seite das Gesetz der Sünde. Der anderen Seite das Gesetz des Geistes, die neue Natur. Da ist das Fleisch, wie Paulus das beschreibt, in diesem Wort, in älteren Übersetzungen, wird das als Fleisch bezeichnet, als Sargs, griechisch. Es meint aber nicht den Körper. Das hat man oft in der Kirchengeschichte falsch verstanden und ist so eine Leibfeindlichkeit in die Kirche gekommen. Es meint aber nicht den Körper an sich, unsere Hand, unser körperliches Leben, sondern die Sache, die alte Natur, die gegen Gott ist. Die alte Natur. Dann gibt es auf der einen Seite die Sünde, auf der anderen Seite die Gerechtigkeit. Da gibt es die Ich-Wünsche und Gottes Willen tun. Da gibt es Angst, auf der anderen Seite Frieden. Da gibt es Sklaverei, in der Knechtschaft zu sein und da gibt es die Kindschaft. Da gibt es Tod und da gibt es Leben. So, auf welcher Seite wärst du gern? Noch Fragen? Was meint hier Paulus? Geht es hier um Schwarz-Weiß? Geht es hier darum, irgendwie zu sagen, die guten Christen, die schaffen das und die sind auch rechts und die Menschen ohne Gott, die haben halt Schwarz-Weiß und alles ganz schlimm? Nee. Hier geht es auch nicht um Verhalten, dass man sagt, jetzt streng dich halt an. Jetzt guck halt, dass du ein bisschen nach rechts kommst. Sei mal nicht so egoistisch und so, streng dich mal ein bisschen an. Lies mal mehr in der Bibel. Es geht hier nicht ums Verhalten, es geht hier nicht ums Tun, sondern es geht um eine Natur. Es geht hier um unser Wesen. Das verstehen wir oft falsch und dann strengen wir uns an und versuchen unser Verhalten anzupassen an diesen Text. Aber das schaffen wir nicht. Sag ich gleich noch. Da sind wir nämlich noch in Römer 7. Aber Römer 8 beschreibt Paulus die Natur, unser Wesen, unsere DNA, unser Herz, unser Vorzeichen vor der Klammer. Wenn man so diese mathematischen Formeln hat, mit diesen ganzen Gleichungen und so, das Zeichen vor der Klammer bestimmt alles, dreht alles komplett um. Oder man könnte es musikalisch ausdrücken, die Tonart bei der Musik. Dieses B oder Kreuz und was da vorne da, darum geht es. Es geht nicht um die einzelnen Noten nachher in dem Stück, sondern es geht um das Vorzeichen, in welcher Natur, in welchem Modus bist du unterwegs. Was heißt es? Gehen wir es kurz rein. Das Gesetz der Sünde. Vers 3a. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Gott hat uns das Gesetz gegeben, in anderen Übersetzungen heißt es sogar, das Gesetz des Mose. Er hat es gut gemeint, er hat gesagt, wenn ihr euch daran haltet, dann versteckt ihr euch nicht mehr vor mir. Wenn ihr das haltet, dann seid ihr ganz nah bei mir. Aber es war machtlos, das Gesetz. Du sollst den Feiertag heiligen, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst nicht lügen und all diese Dinge, es hat es nicht geschafft, wir haben es nicht geschafft. Das Gesetz war machtlos gegen unsere sündige Natur. Wir sind dem nicht gerecht geworden, so zu leben, wie es Gott möchte. Und das, dieses Gefühl, das teilen wir mit allen Menschen dieser Welt. Auch mit allen anderen Religionen dieser Welt. Das Gefühl, dass wir es nicht schaffen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das teilen alle Menschen dieser Welt und wir kommen in den Minderwert. Und dann strengen wir uns an. Und jede Religion hat da so ihre eigenen Varianten und dann strengen wir uns an. Das Judentum hat zehn Gebote, der Islam hat fünf Säulen, der Hinduismus hat vier Kasten. Die Wissenschaft sagt, du musst halt noch mehr erfinden, dann kommen wir da raus. Die Psychologie sagt, du musst noch mehr an dich glauben. Die Wirtschaft sagt, du musst noch mehr Umsatz machen. YouTube sagt, du musst noch mehr Follower haben. Aber wir schaffen es nicht. Wir kommen da nicht raus. Und dann strengen wir uns noch mehr an und dann wird es noch anstrengender. Und dann kommt das mit der Knechtschaft und mit der Sünde und mit der Angst, mit dem Minderwert. Unser Herz kommt da nicht raus. Und dann suchen wir Opfer. Dann suchen wir Verantwortliche. Dann opfern wir unsere Schöpfung. Dann muss die halt dran glauben. Dann opfern wir irgendwelche Volksgruppen, die eh schon unterdrückt sind. Dann beuten wir die dritte Welt aus. Vielleicht reicht das ja. Dann opfern wir unsere Zeit. Dann opfern wir unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, vielleicht sogar unsere Ehe. Das irgendwie zu schaffen, aber es gelingt nicht. Im Alten Testament kommen auch Opfer ins Spiel und man versucht durch diese Tieropfer einen Weg zu finden, vor Gott wieder zu kommen, aber es reicht auch nicht. Römer 8. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Wir haben es nämlich nicht geschafft. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich. Und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Deshalb. Dieses Opfer hat es geschafft. Dieses Opfer ändert das Vorzeichen vor der Klammer, vom Minus zum Plus. Leben im Geist. Der große Gegenentwurf. Aus Sünde wird übrigens nicht Perfektion, sondern Gerechtigkeit. Da sage ich nachher noch was dazu. Und wir können Gottes Willen tun. Es kommt Frieden in unser Leben. Wir sind Kinder Gottes und Leben bricht sich. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Uns das zu zeigen, dass wir vom Minus ins Plus kommen. Das Vorzeichen der Klammer sich geändert hat. Römer 8. Noch einmal, wie kommen wir da jetzt hin? Wie kommen wir auf diesen Himalaya, den Mount Everest? In Römer 7 wird immer noch dieser Kampf beschrieben. Gehen wir da kurz rein. Römer 7. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung, schreibt Paulus. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Kennt das jemand? Römer 7. Wir wissen so viel und wir versuchen es zu tun, anstatt dass sich unsere Natur ändert, unser Wesen. In Römer 7 sind wir noch gefangen, in der Sünde in Römer 8 sind wir befreit von dem Gesetz der Sünde. Was passiert hier? Was passiert zwischen Römer 7 und Römer 8? Römer 8, Vers 1. Ganz einfach. Dort passiert es. Wer nun mit Christus verbunden ist, wird nicht mehr von Gott verurteilt. Das ist der Schlüssel. Ich lese aus einer älteren Übersetzung, Elberfelder, oder genaueren Übersetzung. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Lasst uns das verstehen, was dieser Vers bedeutet. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung mehr. Keine, gar keine. Nicht nur ein bisschen oder ein bisschen weniger Verurteilung. Keine Verdammnis mehr. Das griechische Wort katakrimma meint gegen das Gesetz. Es gibt nichts mehr, was wir gegen das Gesetz tun. Was uns verurteilt vom Gesetz her. Meistens leben wir als Christ ja so, wir bekehren uns irgendwann und dann lassen wir uns vielleicht taufen und wenden uns dem Glauben zu und dann kommt die Vergebung der Schuld. Taufe, wunderbares Erlebnis. Man kommt mit so weißen Westen raus und so und dann strengt man sich an. Dann denkt man, okay, jetzt bin ich ein Christ und jetzt will ich gut leben. Und es klappt auch so ganz gut, komme ganz gut voran, bis dann wieder so hier mal was und da mal was und dann merkt man wieder, okay, ich muss wieder ganz schnell um Vergebung bitten. Also wieder alles gut machen und so weiter. Aber jetzt will ich es wirklich probieren. Und dann strengt man sich an und merkt aber wieder, man fällt wieder in die gleichen Fallen und es passiert wieder Blödsinn und man kommt wieder unter diese Verdammnis. Okay, schnell um Vergebung bitten. Und so eiert man ständig her wieder so unter der Verdammnis, unter dieser dunklen Wolke und ah, jetzt ist wieder Abendmahl gewesen, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt bist du wieder alles gut. Und so rutschen wir immer so hin und her, bleiben aber in dem Alten, bleiben unter dem Gesetz der Sünde. Und was meine ich damit? Wir sollen ja unsere Schuld beichten vor Jesus. Wir sollen ja unsere Schuld vor Gott bringen. Johannes 1, kennt bestimmt viele von euch. Da heißt es, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Also doch, irgendwie das Urteil und irgendwie Sünde und irgendwie müssen wir da halt wieder zurück, oder? Nee, was steht hier wirklich? Wir sollen es mal genau hingucken. Hier heißt es nicht, wir bekennen unsere Sünde und dann ist Gott hoffentlich gnädig und hoffentlich barmherzig und vergibt uns nochmal. Oh Herr, also bitte vergib mir noch einmal und ich meine es jetzt auch wirklich ernst und in deiner großen Gnade, bitte vergib mir. Hier steht nichts von Gnade. Hier steht nichts von dem, dass Gott noch einmal bitte barmherzig sein soll. Hier steht treu und gerecht. Was meint das? Wenn du Christ bist, wenn du das Kreuz angenommen hast und du sündigst, dann wärst ungerecht von Gott, wenn er dir nicht vergibt. Was meint das? Weil Jesus unser Anwalt ist und er für uns betet. In Römer 8 heißt es auch, dass Christus zur rechten Seite Gottes sitzt und uns vertritt. Jesus steht neben diesem Gerichtsstuhl und wenn wir kommen mit unserer Schuld, dann spricht Jesus zu diesem Richter und dann sagt er nicht, ja bitte himmlischer Richter, bitte vergib ihm noch einmal und er hat sich auch echt angestrengt und auch wenn das jetzt die Sünde Nummer 839 ist in diesem Jahr, in dieser Kategorie, also einmal bitte vergib ihm, du bist doch gnädig Herr, bitte vergib ihm. So betet Jesus nicht für uns. Wenn wir beten, Herr vergib mir, dann sagt Jesus, ich habe schon für dich bezahlt und ich bin treu. Das gilt immer noch. Wenn Gott das nicht vergeben würde, dann müssten wir zweimal dafür bezahlen, weil Jesus hat schon dafür bezahlt. Gott vergibt uns nicht aus seiner Barmherzigkeit heraus, sondern weil Gott gerecht ist. Barmherzig war, dass Jesus Mensch geworden ist und für unsere Schuld gestorben ist, aber jetzt, wenn wir Christen sind, wenn wir mit ihm leben, wenn er in uns ist, der Heilige Geist, dann bitten wir nicht um Gnade, sondern dann wissen wir, Gott ist gerecht. Das ist ein großer Unterschied. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir Begnadigte sind, sondern dass wir gerechtfertigt sind. Lest mal den Römerbrief. Wir sind gerechtfertigt, weil es gerecht ist. Jesus hat schon für alle Schuld bezahlt, auch für die, die du morgen tun wirst. Es ist egal vor Gott. Es ist schon bezahlt. Wir überraschen doch nicht Jesus damit und sagen, oh, das habe ich jetzt aber nicht gedacht, dass der das noch macht. Dann überlege ich es mir nochmal. Das weißt er doch schon. Jesus ist doch nicht bloß für die Schuld vor der Taufe oder vor dem letzten Abendmahl gestorben, sondern für die, die morgen kommt oder in zehn Minuten. Uns kann nichts trennen, weder Vergangenes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Wenn der Teufel uns anklagt vor Gott, wenn er kommt, also jetzt der Bruder so und so, hast du das gesehen? Dann sagt Jesus, ja, weiß ich schon lang. Nächstes Thema. Ja, und weißt du, der und der hat heute früh das und das. Ja, kenne ich schon, weiß ich schon, schon bezahlt, schon längst bezahlt. Nächste Situation. Ja, weiß ich schon. Wir überraschen doch Jesus nicht. Er weiß doch jetzt schon, was für ein Mist wir nächste Woche bauen. Oder in zehn Jahren. Und dafür ist er doch schon gestorben. Und deswegen ist es gerecht, dass Gott uns vergibt. Es ist keine Verurteilung mehr über uns, keine Verdammnis mehr über uns. Das ist radikale Gnade. Wusstest du, dass du so geliebt bist von Gott? Unendlich. Gnaden voll, bedingungslos, gerechtfertigt. Kannst du das glauben? Wir sind frei von Sünde. Frei von dem Gesetz der Sünde. Uns passieren noch Fehler, wir versagen noch, aber wir rutschen nicht wieder unter das Gericht. Vom Minus zum Plus. Es gibt keine Verurteilung mehr. Wir sind befreit vom Gesetz der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Das passiert. Aber Jesus ist doch gerecht. Paulus geht im Römerbrief mit dieser Gnade so weit, dass er Ärger bekommt. Wisst ihr mal Römer 6? Da muss er das verteidigen. Da gibt es Christen, die sagen, also Paulus, jetzt übertreibst du es mit der Gnade. So kann es ja wohl auch nicht sein. Heißt das, da könnten wir ja noch mehr sündigen, da kann Gott uns ja noch mehr vergeben. Aber die haben es nicht verstanden. Ich möchte es mal so ausdrücken. Stell dir vor, wenn du Familie hast, dass dein Kind unfreundlich ist zu dir. Dein Kind sündigt gegen dich. Also soll es ja geben. Nein, meine ich ernst. Also die bauen richtig Mist und es ist richtig doof. Aber hören die auf, deine Kinder zu sein? Wenn du Kinder hast, könnten deine Kinder so viel Mist bauen, so viel Blödsinn machen, dich so enttäuschen, dass sie aufhören, deine Kinder zu sein? Niemals. Wie sollte Gott das tun? Wir sind seine Kinder. Und wenn wir viel Blödsinn machen, dann kann es sein, dass wir ihn traurig machen damit. Aber er liebt uns und wir bleiben in seiner Kindschaft. Das zu wissen, das tief drin mir vom Heiligen Geist sagen zu lassen, das meint Paulus hier. Das ist die neue DNA. Das ist das neue Vorzeichen vor dieser Klammer. Es gibt keine Verdammnis mehr. Du bist gerechtfertigt vor Gott und auserwählt und berufen und vorherbestimmt. Lest mal Römer 8. Da steckt alles drin. Erlaub deinem Herz nicht mehr, dich schuldig zu fühlen. Erlaub deinem Herz nicht mehr, dich zu verdammen. so radikal ist seine Gnade. Vielleicht sagst du, ja, also für heute ist es okay, aber ob ich morgen, mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe. Egal, dann hab Angst. Aber fühl dich nicht mehr verurteilt von Gott. Das ist Quatsch. Das redet uns jemand anders ein. Das nächste Mal, wenn du Probleme hast, schnell beleidigt bist, verletzt bist, dich über jemanden ärgerst, dann mach dir klar, es gibt keine Verdammnis mehr über mir. Dann sag deinem eigenen Herzen, ich bin geborgen bei Gott und bei Menschen. Sag es deinem inneren Kind. Oder noch besser, hör auf den Heiligen Geist. Weil er sagt es dir. Die ganze Zeit. Das ist sein Job. Und dann müssen wir uns das nicht mehr uns selber sagen. Dann müssen wir uns nicht selber das einreden, sondern Gottes Geist sagt meinem Geist, du bist ein Kind Gottes. Und du wirst das nicht verlieren. Würden wir nicht anders denken und fühlen und handeln, wenn wir das tief drin in unserem Herzen wüssten? Ich glaube, ja. Würden wir dann nicht aufhören, uns zu verstecken vor Gott und vor Menschen? Ich glaube, ja. Das ist ein lebenslanger Prozess. So, jetzt könnt ihr wieder zurückkommen, die sich Bilder angeguckt haben an den Fenstern. Jetzt komme ich zum Finale. Also ich möchte es nochmal zusammenfassen mit so einer roten Karte. Zack. Genau, da seht ihr es. Rote Karte ist nicht gut. Man fliegt aus dem Spiel. Und so fühlen wir uns manchmal. Wir fühlen uns nicht genügend. Wir fühlen uns nicht fähig, nicht würdig. Wir haben immer wieder das Gefühl, Mensch, eigentlich, wenn die anderen wüssten, was ich so alles so mache und was ich alles so denke, dann hätten die mich schon längst rausgeworfen. Und dann versuchen wir, das zu verbergen. Die rote Karte in meinem Leben, dieses unsichere Gefühl, bin ich gut genug? Pack ich es? Wenn die anderen wüssten und wenn ich es mir selber nur glauben könnte. Und das Verrückte ist, bei dieser roten Karte, wir geben das anderen Leuten in die Hand. Magst du es mal nehmen? Das ist nichts Schlimmes. Das ist nur Pappe. Wir geben das anderen Leuten. Genau, die wollen schnell weitergeben. Wir geben das zum Beispiel unserem Chef oder unserem Partner und hoffen, dass die uns gut finden, dass die uns nicht die rote Karte zeigen. Wir machen uns so abhängig von anderen Dingen. Ob wir was erreichen, dann fühlen wir uns gut. Ob wir den und den zufriedenstellen, dann fühlen wir uns gut. Wir geben die rote Karte an andere. Wie verrückt. An unsere Kinder, an Sportfreunde, vielleicht an den eigenen Vater, auch wenn er nicht mehr lebt. Und denken, okay, bitte sag mir, dass ich wertvoll bin. Bitte sag mir, dass ich angenommen bin, dass ich Anerkennung bekomme und gelobt werde. Bitte zeig mir nicht die rote Karte. Und dann gehen wir so in die Castingshow des Lebens und versuchen uns gut darzustellen und so durchzukommen und die Sachen ein bisschen zu verbergen, Kühlschminke und dann wird das doch irgendwie funktionieren und hoffentlich kriege ich keine rote Karte. Genau, dann posten wir unser Leben auf Facebook oder Instagram oder Plakataktionen in Neu-Ulm. kann man auch sich präsentieren und hoffen, dass man keine rote Karte bekommt, dass man es irgendwie gut hinkriegt. Und dann gibt es die Castingshow des Lebens. Ich bin heute Nacht wach geworden, das habe ich schon gesagt, und habe, ich muss jetzt den Sender nicht sagen, aber da kam so eine Castingshow, Take Me Out, heißt das. Wer kennt das? Wer hat auch heute Nacht? Okay. Also war völlig anständig, müsst jetzt nicht Angst um den Pastor haben. Alles gut. Aber das sind 30 Singles, Single-Frauen, die da stehen und sich präsentieren und dann kommt so ein Mann, der wird mit dem Aufzug Single-Mann, wird mit dem Aufzug runtergelassen und der präsentiert sich. Er läuft wie auf dem Catwalk oder dann ist es vielleicht ein Dog-Walk oder so, vor diesen Frauen da hin und her und präsentiert sich. Und so sagt so die ersten paar Sätze zu sich und dann dürfen die Frauen wählen, ob ja oder nein. genau, ob sie ein Date wollen mit dem Mann oder nicht. Und dann gehen so die ersten roten Lichter an, man sieht das dann so und dann gehen die rote Karten an, dann sind die quasi wie rot, rotes Licht, die sind dann raus. Erste Runde von den 35 Frauen schon mal weg. Dann kommen so kurze Clips, wo der Mann sich vorstellt, wo er lebt, was seine Hobbys sind, was ihm wichtig wäre, ob er Kinder will oder nicht und so und man sieht dann parallel eingeblendet diese Frauenriege da und immer mehr rote Lichter, ding, 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 nachdem, was halt so kommt oder wie der aussieht oder wie viel Geld er hat und das Gute ist oder also es ist ja letztlich alles abgesprochen, zumindest bleibt dann zum Schluss immer eine übrig und dann kriegt er ein Date und darf mit der mit der Limousine davon fahren. Aber so leben wir doch unser Leben. Gucken ständig auf diese Riege, wenn wir die roten Karten gegeben haben, ob die Lichter noch an sind oder nicht. Und wehe dem, die gehen aus oder es wird knapp. Wir haben doch ständig das Gefühl, dass diese Verdammnis über uns schwebt und so leben wir auch unsere Beziehung zu Gott. Leider, weil da möchten wir doch raus und da dürfen wir raus. Ich glaube, die meisten Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben kommen, weil wir das Gefühl haben, dass Gott uns eine rote Karte gibt oder dass andere Menschen uns schon längst eine rote Karte gegeben haben. Und dann rennen wir vielleicht rum, verteilen selber rote Karten, damit die eigene nicht so auffällt. Aber was machen wir damit? Vielleicht nehmen wir es wieder selber, suchen uns viele Chakka-Sprüche und einen guten Coach und denken, ich lasse mich nicht mehr bestimmen von anderen Menschen, ich nehme dies wieder selber in die Hand. Aber bist du gut zu dir selber? Sind wir nicht oft der strengste Richter über das eigene? Was machen wir nur mit dieser roten Karte, die über uns schwebt? Die muss weg und dann kommt Jesus und dann kommt dieses ungeahnt tiefe Evangelium. Vielleicht hast du Jesus auch schon mal die rote Karte gezeigt. Das ist okay, der hält das aus. Gott hat Jesus deine rote Karte gezeigt und Jesus hat sie genommen, ist aus dem Spiel ausgestiegen. Gott hat Jesus deine rote Karte, die du über deinem Leben hast, hat er ihm hingehalten und hat ihn aus dem Spiel genommen. Und dann ist sie weg. Dann ist sie weg. Keine Verdammnis mehr. Leben im Heiligen Geist, egal was morgen kommt. Und dann erinnere ich mich morgen wieder dran, na klar, aber es gibt keine rote Karte mehr. Du bist ein Kind Gottes. Amen.